Krumm und dreist, so löscht ihr auf Google rechtswidrige Gästebewertungen. Ich bin Erwin Oberascher, heute will ich über so richtige No-Go Gästebewertungen sprechen. Das sind nicht die Bewertungen, denen sich ein Gast sachlich beschwert, über zu wenig Auswahl beim Frühstücksbuffet, über zu harte Betten oder über unfreundliches Servicepersonal. Nein, hier geht es um die richtig fiesen Bewertungen, über Bewertungen, die gegen das Gesetz verstoßen oder gegen die eigenen Richtlinien der jeweiligen Bewertungsplattform. Online-Gästebewertungen in der Hotellerie sind ja ein Riesenthema. Wie motiviert man die Gäste zum Bewerten? Wie kann man auch von negativen Bewertungen profitieren? Wie reagiert man am besten auf Kritik und so weiter? Da gibt es viel zu sagen. Ich werde da vielleicht noch öfters ein Video dazu machen. Aber jetzt geht es um die richtig fiesen, krummen und mitunter illegalen Bewertungen. Typischerweise sind das Bewertungen, die anonym abgegeben werden. Natürlich. Oder nicht mal von einem Gast abgegeben werden, sondern von irgendjemandem. Jemandem, den man nicht in seiner Gästedatenbank hat. Das ist zum Beispiel auf Google möglich. Manchmal kommen solche Bewertungen von ehemaligen Mitarbeitern, manchmal von Anrainern, die sich über den Hotelzubau geärgert haben oder einfach von irgendjemandem, der einem so richtig eins reindrücken will. Man muss dazu sagen, insgesamt kommt das schon sehr selten vor. Es ist aber dann umso ärgerlicher. Hoteliers, die noch keine so dicke Haut für so etwas entwickelt haben oder auch keine dicke Haut für so etwas entwickeln wollen, lassen sich oft einen ganzen Tag oder eine ganze Woche davon verderben. Auf etablierten Hotelplattformen ist es ja meistens kein großes Thema. Bei HolidayCheck beispielsweise kann man solche Bewertungen melden. Das Ganze durchläuft an einer Prüfungsroutine und nötigenfalls wird Gast sogar einen Aufenthaltsnachweis eingefordert. Auch auf unseren eigenen Special Interest Hotelplattformen wie Kinderhotelinfo, Pistenhotelsinfo, Hundehotelinfo usw. machen wir das genauso. Bitte bei uns seriösen Bewertungen gerne uns melden, per Kontaktformular, E-Mail oder Telefon. Wir sehen uns das dann ganz genau an und melden uns umgehend bei euch zurück. Wenn der Bewertende nicht beweisen oder zumindest nachvollziehbar darlegen kann, dass er in eurem Hotel zu Gast war, wird die Bewertung gelöscht. Das heißt, das Problem von anonymen, missbräuchlichen Bewertungen gibt es bei uns eigentlich nicht. Aber anders sieht das bei Google aus. Hier muss der Bewertende nicht unbedingt Gast gewesen sein in eurem Hotel. Hier muss er auf Wunsch des Hoteliers seinen Aufenthalt auch nicht nachweisen. Und daher möchte ich jetzt speziell darauf eingehen. Viele denken ja, man braucht entweder viel Glück oder eine 20-Mann-Rechtsabteilung, um bei Google eine Bewertung rauszubekommen. Bis vor kurzem habe ich das auch gedacht. Aber es ist nicht so. Wir haben das getestet und ich zeige euch jetzt, auf welchem Weg wir am meisten Erfolg hatten. Als erstes ist wichtig, dass ihr in eurem Google-Konto angemeldet seid. Und zwar mit jenem Konto, mit dem ihr auch das Google-Profil von eurem Hotel verwaltet. Also mit dem ihr manche Dinge in diesem Kasten hier ändern könnt. Und zwar ist das der Google My Business Account unter google.com. Ihr könnt euch hier anmelden, ihr habt da vermutlich bereits einen Account. Sehen wir uns mal so Bewertungen an, die ich hier meine. Da geht es zum Beispiel darum, dass jemand schreibt, sehr scheiße, nie wieder. Und natürlich nur einen von fünf Sternen abgibt. Oder hier etwas weiter unten, ohne Worte. Weiter unten steht da noch, das ist überhaupt das Beste, war nie dort. Also das sind sicher Bewertungen, die gegen irgendwelche Richtlinien oder Gesetze verstoßen müssen. Ihr könnt jetzt so eine Bewertung ziemlich einfach melden, indem ihr da auf diese drei Punkte klickt. Rezension melden. Und dann entscheidet, in welchen Bereich es hineinfällt. Also wenn es zum Beispiel, so wie vorher, alles scheiße. Da könnte man sagen, das ist anstößig. Klicke ich hier an und wenn ich das jetzt hier mit melden bestätige, dann wird diese Missbrauchsmeldung bereits abgeschickt. Meist ist es jedoch nicht so einfach, dass die Bewertung hier in diese obersten Punkte reinfällt. Sondern ihr habt vielleicht irgendein rechtliches Problem, weil eurer Meinung nach die Bewertung gegen ein Gesetz verstößt oder gegen die Richtlinien von Google. Dann müsst ihr hier rechtliches Problem anklicken und dann kommt man zu einem Formular, das am Anfang sehr umfassend aussieht. Aber lasst euch von dem nicht abschrecken. Ihr müsst auch hier wieder anklicken. Es gibt ein rechtliches Problem und dann könnt ihr diese Anfrage erstellen. Wirklich bis hierher irrsinnig einfach. Ihr füllt hier aus euren Namen, den Namen des Unternehmens, eure E-Mail-Adresse. Und gebt hier nochmal ein, die genaue URL von dieser Bewertung. Das wird oben genau beschrieben, wie ihr das macht. Und auch unten noch einmal die URL reinkopieren, auf die ihr euch bezieht. Das wird wirklich hier ganz genau beschrieben und ist sehr einfach. Aber diese zwei Blücke, das ist jetzt eigentlich das Herz des Ganzen. Google fordert zwei Dinge von euch. Erstens, ihr müsst genau anführen, welche Passage ihr für Richtlinienwidrig oder für Gesetzeswidrig hält. Also wenn ich jetzt sage, okay, das ohne Worte, das ist jetzt für mich eine unerlaubte Schmähkritik oder was auch immer. Dazu komme ich gleich. Dann kopiert ihr das hier rein. Ich setze es unter Anführungszeichen und ich weiß, das ist ein Zitat. Und das ist jetzt genau diese Passage, gegen die ich mich wehre. Und oben fordert Google, dass ihr genau anführt, gegen welche Richtlinie von Google eurer Meinung nach diese Passage verstößt oder gegen welches Gesetzes verstößt. Und das ist natürlich ein bisschen eine Herausforderung. Schauen wir uns an die Google-Richtlinien. Das ist noch ziemlich einfach. Ihr findet diese auf dieser Seite hier und da gibt es vor allem für Hotels, würde ich mal sagen, sind die interessanteren Bereiche, zum Beispiel nicht themenbezogene Inhalte, wo drin steht, dass eine Bewertung auf den eigenen Erfahrungen des Users passieren muss. Das heißt, wenn man den Verdacht hat, dass das gar kein Gast war, dann könnte man hier einhacken. Interessant auch oder ziemlich klar eigentlich auch anstößige Inhalte. Ja, also wenn es obszöne oder eine vulgäre Wortwahl ist, dann kann man das hier anführen. Interessant auch Identitätsdiebstahl. Hier steht nämlich drinnen, veröffentlichen Sie keine Inhalte im Namen anderer Personen. Das heißt, wenn ich von der Wortwahl her als Gast ein Hotel bewerte, das allerdings mit einem anderen Namen mache, sodass ich mich der Hotelier nicht erkennen kann, dann müsste das auch gegen diese Richtlinie verstößen, meiner Meinung nach. Interessant auch die Interessenskonflikte. Hier steht drin, negative Inhalte über eine aktuelle oder frühere Berufserfahrung posten, ist nicht erlaubt. Heißt meiner Meinung nach, ehemalige Mitarbeiter dürften eigentlich keine Google-Bewertung abgeben. Also wenn ich jetzt hier etwas finde, was einen Richtlinienverstoß darstellt, dann kopiere ich diesen Richtlinienverstoß genau hier rein. Sagt dazu, verstößt gegen Google-Richtlinie und zitiere diese Google-Richtlinie hier nochmal. Dann habe ich beides erfüllt. Ich habe gesagt, was genau stört mich und warum ist es nicht erlaubt. Sofern das eine Google-Richtlinie ist, ist es ja noch ziemlich einfach. Was ist jedoch, wenn ich keine Google-Richtlinie finde, gegen die diese Bewertung verstoßen könnte? Dann bleibt mir nur noch das Gesetz. Das heißt, ich muss überlegen, verstößt diese Bewertung gegen irgendein Gesetz? Nun, es ist ja im Sinne der Meinungsfreiheit sehr vieles erlaubt, allerdings keine Schmähkritik. Und diese Abgrenzung, was ist noch Meinungsfreiheit und was ist bereits eine Beleidigung, eine Verleumdung oder eine unerlaubte Schmähkritik, das ist ja heiß umstritten. Seit der Böhmermann-Affäre ist das ja aber auch ziemlich viel und detailliert ausprozessiert worden. Klar ist jedenfalls, es ist ziemlich viel erlaubt, muss man sagen. Jedenfalls ist eine polemische Zuspitzung sehr wohl erlaubt. Trotzdem hat man bei Google oft gute Chancen, wenn man hier einhackt. Und zwar möchte ich euch ein paar Paragraphen mit auf den Weg geben. Also wenn ihr findet, das beleidigt euch, das ist eine Schmähkritik oder eine üble Nachrede, dann solltet ihr hier in diesem Google-Formular zum Beispiel folgende Paragraphen erwähnen. Das ist Paragraph 115 im österreichischen Strafgesetzbuch. Das Ganze gibt es ganz ähnlich im Paragraph 185, 186, auch im deutschen Strafgesetzbuch, auch in der Schweiz und für unsere Kollegen in Südtirol, in Italien gibt es ganz ähnliche Passagen. Also die könnt ihr euch ansehen und müsst dann aus diesem Gesetzestext heraus das rauskopieren und dort ins Formular einfügen. Wenn man den Verdacht haben könnte, dass es ein Mitbewerber ist, wäre auch noch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb interessant. Das ist der Paragraph 7 im UWG Österreich oder der Paragraph 4 im deutschen UWG. Ich nehme an, dass es auch in der Schweiz und in Italien ähnliche Gesetze gibt. Also wenn ich hier zum Beispiel nach dem Paragraph 115 österreichisches Strafgesetzbuch google, dann finde ich die Quelle sehr schnell und habe hier zum Beispiel unter Useline diesen Gesetzestext parat, wer öffentlich oder von mehreren Leuten einen anderen beschimpft, verspottet und so weiter. Und da denke ich mir, okay, das passt jetzt ganz gut. Und diese Passage nehme ich und kopiere ich hier rein. Also anstatt der Richtlinie nehme ich hier diesen Gesetzestext und verweise auf den Paragraphen 115 österreichisches Strafgesetzbuch. Und somit ist auch hier zumindest formal mal alles erfüllt für Google. Ich habe hier zitiert, wogegen ich mich wehre und habe hier zitiert, warum es meiner Meinung nach gesetzlich verboten ist, dass diese Bewertung online ist. Ich unterschreibe das Ganze dann und schicke es ab. Also es kommt selten vor, aber dieses Formular sieht sich unserer Erfahrung nach tatsächlich ein echter Mensch bei Google an. Daher macht es diesem Google-Mitarbeiter so einfach wie möglich, damit er seine Entscheidung rasch und klar treffen kann und erfüllt auf jeden Fall diese Formkriterien hier. Ich möchte noch dazu sagen, ich bin mir nicht sicher, ob eine Bewertung, alles ja scheiße, oder eine Bewertung ohne Worte in Verbindung mit einem Stern gegen diese Paragraphen oder gegen diese Richtlinien verstößt. Ich behaupte aber, es ist zumindest argumentierbar. Und ich behaupte auch, ihr habt gute Chancen, die Bewertung rauszubekommen, wenn ihr so vorgeht. Ihr bekommt danach noch eine Authentifizierungs-E-Mail, die ihr mit einem Klick bestätigen müsst. Und damit ist die Sache eigentlich erledigt. Es dauert natürlich ein paar Tage, bis ihr irgendeine Rückmeldung erhält. Wir haben es bei mehreren Bewertungen probiert und es hat geklappt. Google hat hier tatsächlich ein Beschwerdeservice, das funktioniert und das vielleicht besser ist als sein Ruf. Ich bin Erwin Oberascher, bin selbst Beherberger und betreibe in der Thematik GmbH verschiedene Modellplattformen, wie zum Beispiel Kinderhotel-Info oder Wellnesshotel-Info. Bitte, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder Tipps zu dem ganzen Thema habt, bitte unten kommentieren. Ich werde auf jeden Kommentar eingehen. Vielen Dank und Servus.